Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich mit Broker Race Option 60 Sekunden. Mein Start Trade beträgt hier 200 Euro. Ich gehe 2 bis 5 mal mit dem gleichen Betrag rein. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsdaten im Wirtschaftskalender an. Wir haben wichtige, bisher wichtige News im Yen, Australisch Dollar, Euro, US-Dollar und Kanadisch Dollar. Jetzt nächstes suche ich mir einen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Ich sage euch noch mal nicht an, als es die Wirtschaftskratten in eine Abendarmerksamkeit ist. Das sind die Frage, die Wirtschaftskräfte, die Wirtschaftskräfte und Kanadisch Dollar sind. Ich sage euch, bis zäule, ä Author, Vamos nach unten. Ich sage euch jetzt, was ich zähle jetzt. Wir sind die Wirtschaftskräfte. Ich sage euch, wir haben einen einigen Mutual, die wir sind doch oben an. Karte, Stoller, Schweizer Franken. Sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Ich bin jetzt insgesamt dreimal mit dem Gleichbetrag eingestiegen. Sieht gut aktuell gut aus. Alle drei Trades deutlich gewonnen. Ich denke an meine Corona-Aktion. Sie gilt nur noch bis 31.12. Bei Fragen steht auch heute und morgen bis 12 Uhr der TR Support zur Verfügung. Ich mache morgen nochmal ein Video. Und dann vielleicht nochmal nächste Woche. Bis zum nächsten, bis morgen. Adios.